Gut, dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch, wo wir uns dem Thema Höllenrit-Wahlkampf, wie Machenbilder-Wahlkampf, vituieren wollen. Wir haben dazu drei Expertinnen und Experten eingeladen. Es sind die beiden Politologinnen Petra Bernhard und Karin Liebhardt, die gemeinsam das Buch wie Machenbilder-Wahlkampf verpasst haben. Und wir begrüßen aus Berlin Frank Staus. Er ist auch Politologe, er ist Geschäftsführer der Agentur Richtlin und Staus in Berlin. Er hat in 30 Jahren rund 25 Wahlkämpfe und zwischenzeitlich wahrscheinlich schon mehr begleitet und ist Autor des Buches Höllenrit-Wahlkampf. Nachdem wir in diesem Herbst der Wahlkämpfe in Österreich, in Wien, in den USA erleben, möchten wir ein bisschen hinter die Kulissen dieser Wahlkämpfe blicken und tun das heute im Rahmen einer Online-Veranstaltung aufgrund der gegenwärtigen gesundheitlichen Situation. Die Formulierung von Michael Häupl, dem langjährigen Wiener Bürgermeister, der Wahlkampf ist zeitfokussierter Unintelligenz. Da passieren halt gelegentlich Dinge, die nicht gescheit sind, leider auch nicht in der eigenen Partei. Das ist natürlich in Wien besonders bekannt. Aber wir möchten uns dem ein bisschen hintergründiger widmen. Und ich würde gerne damit beginnen, was Bilder zu diesem Wahlkampf beitragen können. Derzeit haben wir eine Situation, eine pandemische, wo es nicht möglich ist, persönliche Begegnungen, klassische Wahlkampfformate zu organisieren. Nichtsdestotrotz bräuchte es eine Sichtbarkeit in dieser Werbung. Ich würde gerne, Frau Liebhardt, mit Ihnen beginnen, um Ihre Einschätzungen zu hören zum Thema visueller Kommunikation. Wie wichtig ist die Sichtbarkeit im Wahlkampf? Wie wichtig ist damit auch die Wahrnehmbarkeit von Politik verknüpft? Frau Liebhardt? Also Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit von Politik sind unter dem Paar miteinander verbunden. Versteht Sie mich? Ja, ich. Perfekt. Ich hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Das ist nichts Neues. Prinzipiell, das heißt, Politik war immer schon auf das Darstellungselement auch bezogen. War immer schon ganz wichtig auch die Sichtbarkeit des Visuellen in der Politik. Das hat sich sicher jetzt in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten schon, aber in den letzten Jahren dann ganz besonders mit den sozialen Medien und den anderen Möglichkeiten, die es dadurch gibt, nochmal verstärkt. Aber schon in den 70er Jahren zum Beispiel hat Murray Edelmann gesagt, die Politik hat immer zwei Elemente. Es gibt immer das Herstellungselement und es gibt das Darstellungselement. Und wenn die beiden nicht miteinander verknüpft sind, dann ist nicht klar, was die Politik ist, weil sie nicht bei den Bürger und Bürgerinnen ankommt, und weil sie nicht sichtbar ist, eben wie Sie eben auch schon in Ihrer Einleitung gesagt haben. Und die besondere Qualität von Bildern, für Wahlkämpfe ganz speziell, weil es sicher verdichtete Zeiten der politischen Kommunikation sind, aber generell in der Politik ist, dass man mit Bildern etwas transportieren kann, was vielleicht mit Worten nicht so gut rüberkommt. Das heißt, Bilder funktionieren ja nach einer anderen Logik als Texte. Sie funktionieren nicht linear, sondern assoziativ, holistisch. Und daher kann ich ein Bild auch schneller erfassen. Diese schnelle Erfassbarkeit von Bildern ist sicher ein Vorteil in der politischen Kommunikation. Was aber vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist, dass jedes Bild, das politisch kommuniziert wird, oder jedes Bild, das es überhaupt gibt, das wir anschauen, jedes materielle Abbild, dass es immer auch auf ein mentales Bild verweist. Das heißt, ich kann durch die Bilder, die ich real zeige, die ich politisch, medial kommuniziere, kann ich auf mentale Bilder anspielen und damit bestimmte Assoziationen bei den Rezipienten, Rezipientinnen hervorrufen. Also Bilder haben eine Qualität in der Kommunikation, die durch Texte alleine nicht erreichbar wäre. Darf ich nur kurz nachfragen? Die Sichtbarkeit wird ja auch von einer Professionalisierung beeinflusst. Also die Bilder werden ja hergestellt und in Umlauf gebracht. Wie wirkt sich da diese Professionalisierung aus bei dem Bildmaterial, das erstellt und verbreitet wird? Also es ist sicher eine zunehmende Professionalisierung beobachtbar in der letzten Zeit. Das heißt, es gibt Social Media Teams, es gibt professionelle persönliche Fotografen, Fotografinnen, es gibt Photo Opportunities und so weiter und so fort. Natürlich wirkt sich das aus. Die Fotos, die gezeigt werden, sind nicht zufällig. Die sind natürlich kuratiert. Die sind dazu da, um Image Management und Impression Management zu betreiben. Zunehmende Professionalisierung wirkt sich in jedem Bereich der visuellen Kommunikation aus, so natürlich auch in der Politik. Alles klar. Frau Bernhardt, Sie haben sich ja in Ihrem gemeinsamen Buch auch der Bedeutung, es ist schon angesprochen worden, der Fotografinnen und Fotografen gewidmet. Also Sie führen da konkret auch Barack Obama an. Wie ist deren Arbeit in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt? Wie würden Sie das einschätzen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vor allem in der Spitzenpolitik sind die Fotografinnen und Fotografen, die Politiker begleiten. Und da war Obama ein sehr gutes Beispiel mit seinem Fotografen Pete Sousa, eine unglaublich wichtige Ressource. Das sind Personen, die hochwertiges Bildmaterial produzieren können. Das sind Personen, die in Momenten dabei sein können, die nicht nur das unmittelbare Arbeitsfeld der Politik betreffen, sondern das können auch semi-private Momente, zum Beispiel mit der Familie sein. Und durch diese Möglichkeiten des erweiterten Zugangs ergeben sich interessante Fotoperspektiven und Perspektiven, die in der Lage sind, die Sichtbarkeit der Person in der Öffentlichkeit mitzuformen. Pete Sousa, der für Barack Obama gearbeitet hat, hatte hier eine ganz entscheidende Funktion in dem Sinne, dass er während seiner Tätigkeit als offizieller Fotograf in der Lage war, auch den enormen Bedeutungsgewinn von sozialen Netzwerken für sich zu nutzen. Also er hat Bildergalerien kuratiert, das beste Material mit ausgewählt und konnte dann natürlich einen enormen Einfluss darauf nehmen, wie sein Auftraggeber in der Öffentlichkeit gesehen wird. Also das heißt, Politikerinnen und Politiker können ihre Selbstinszenierung in Wahlkämpfen gestalten. Es gibt nicht nur einen dokumentarischen Zweck, aber wo vielleicht auch noch ein Aspekt in Zukunft in den letzten Jahren ist, natürlich auch Social Media. Alexandra Ocasio-Cortez ist ein weiteres Beispiel, das sie anführen, welche Möglichkeiten oder welche erweiterten Möglichkeiten bieten da eben diese sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram aus ihrer Sicht. Sie ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Beispiel, weil sie Instagram und dabei vor allem die sogenannten ephemeren Stories, also diese Funktion, die uns Geschichten zeigt, die dann nach 24 Stunden wieder verschwinden, sehr aktiv für die Präsentation nicht nur ihrer Person, sondern ihrer Arbeit nutzt. Das heißt, sie ermöglicht ihrem Publikum, ihren Followern, Einblicke in ihre Arbeitsweise, die ihnen jetzt aus der medialen Vermittlung von Politik vollkommen ungewohnt werden oder wo sie nicht so häufig die Möglichkeit kriegen, das zu sehen. Und sie erklärt dabei auch sehr, sehr gut und das ist sicherlich einer der zentralen Faktoren, der diese Arbeit so interessant macht. Sie erklärt sehr gut, warum sie bestimmte Policy-Bereiche aktiv unterstützt, warum sie welche Schritte setzt in ihrer Arbeit im Kongress. Das heißt, das hat über den präsentativen Faktor hinaus auch einen edukativen Mehrwert, weil sie nicht nur in der Lage ist, ihr Publikum für das zu begeistern, was sie tut, sondern auch ein Erklärungsangebot liefert, warum bestimmte Entscheidungsprozesse beziehungsweise Entscheidungsfindungsprozesse sinnvoll sind. Alles klar. Dann möchte ich gerne, Herr Strauß, Sie fragen. Es gilt also heute offensichtlich, alle Kanäle professionell zu bespielen oder zu bedienen. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass Sie das vielleicht etwas kritischer sehen, im Sinne von, es ist vielleicht die oberste Pflicht, eine Botschaft zu haben und die Botschaften kommen vor dem Kanal. Was entscheidet letztlich über den Kanal? Die Botschaft, die Mittel, die eingesetzt werden, die Daten, die zur Verfügung stehen. Was kann eine Botschaft auslösen, jetzt unabhängig von den Kanälen aus Ihrer Erfahrung? Gut, das ist ja völlig unbenommen. Wenn Sie für eine politische Partei oder für eine politische Überzeugung werben, dann tut es schon ganz gut, wenn man ein Programm hat, wenn man das alles festgelegt hat. Das kommt aus meiner Sicht natürlich immer vor der Kommunikation und danach kommt natürlich die Zuspitzung der Botschaft und die Auswahl der Kanäle. Sonst sind wir natürlich völlig verloren. Das ist aber, glaube ich, eher allgemein gut zwischen uns. Ich meine, was der große Unterschied ist in den letzten Jahren, in denen wir Wahlkampf gemacht haben. Und ich habe, glaube ich, begonnen als damals Mitarbeiter des SPD-Parteivorstands beim Aufbau der DDR-SPD. Da war unser Hauptkommunikationskanal, das Telefon, ein Telegram. Das heißt, man hat die Mitglieder über Telegram informiert. weil sie kein Telefon hatten. Da hat sich doch einiges geändert, auch was die Inszenierung angeht. Aber was sich natürlich über den Zeitraum von 1990, wie heute massiv geändert hat, ist eigentlich etwas, was das Gegenteil von dem ist, was es gerade genannt wurde, nämlich die absolute Kontrolle über die Bilder, über die Inszenierung. Das ist ja genau eine Situation, die wir anders erleben heute, nämlich das Entgleiten von Kontrolle. Die Möglichkeit, dass man mit jedem Smartphone den Kandidaten oder die Kandidatin festhält, Probleme festhält, einen Stolperer festhält, einen irgendwo vermeintlich zwischen zwei Personen geäußerten Dialog aufzeichnet, mitschneidet, das in die Öffentlichkeit bringt. Das heißt, was wir ja erleben gerade, was natürlich wiederum auf der anderen Seite, also auf der Seite der Wahlkämpfer dazu führt, dass man sagt, ich möchte eigentlich möglichst viel Kontrolle über das Ereignis, über den Event, über den Hintergrund haben, weil ich auf der anderen Seite natürlich auch in Anführungsstrichen Gefahr laufe, dass mir alles entgleitet, wenn ich das vorher nicht durchinstiniere. Das heißt, es ist ein absolut zweischneidiges Schwert. Sie haben es ja in Ihrem Buch auch, das ich selbstverständlich gelesen habe, erwähnt, die Inszenierung auch der Bundeskanzlerin Merkel, wo eben sehr, sehr stark durch Advanced Teams, durch die Presse-Teams im Prinzip schon Korridore festgehalten werden, in denen überhaupt fotografiert und Interviewsituationen hergestellt werden können. Das ist ja schon so ein Versuch zu verhindern, dass das Material rausgeht, das eben nicht gewollt ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wer das heute nicht macht, das kann man natürlich immer sagen, das ist ja furchtbar inszeniert und so weiter, auf der anderen Seite, wer es nicht macht, bekommt zum Teil von der gleichen Öffentlichkeit und von den gleichen Journalisten natürlich vorgeworfen, dass er komplett unprofessionell unterwegs ist. Das heißt, wenn Sie heute spontan ein Interview geben als Politiker und hinter Ihnen ein Notausgangsschild oder ein Feuerlöscher, dann produzieren Sie automatisch ein Bild, von dem Sie definitiv wissen, dass es über die Social-Media-Kanäle Verbreitung findet, aber nicht in Ihrem Sinne. Und deswegen sucht natürlich nur eine Kampagne, aber eben auch schon Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeiter versuchen natürlich, Bilder so weit als möglich zu kontrollieren. Das ist kein neues Phänomen, das wurde ja schon erwähnt, das gibt es schon lange. Es gibt auch schon lange die Inszenierung auch des Privatlebens. Das hat in Deutschland Willy Brandt bei Kennedy abgeguckt, indem er sich dann mit Ruth Brandt und den Kindern auch gerne mal zum Frühstückstisch traf oder Helmut Kohl am Wolfgangsee natürlich. Das heißt, das sind natürlich alles Inszenierungen gewesen, aber heute ist es ja viel schwieriger geworden, die Kontrolle in dieser Inszenierung zu bewahren. Und das ist ein Unterschied und auch alles wird natürlich sofort kommentiert, was bisher, also noch vor 10, 15 Jahren eigentlich ausschließlich von der Presse kommentiert wurde und durch den Filter der Journalisten und der Medienhäuser musste. Das wird heute von jedem auf Facebook, Twitter, wo auch immer die Politik unterwegs ist, kommentiert. Das heißt, das ist natürlich zunächst mal ein Kontrollverlust und der Versuch, wieder Kontrolle zu erreichen. Ja, und damit haben Sie mich jetzt ganz wunderbar zu meiner nächsten Frage an Sie geführt, weil ich habe ein bisschen auf das hingearbeitet, weil Sie in Ihrem Buch ja auch schreiben, dass man auf immer mehr Kanälen immer weniger Antworten bekommt. Das war jetzt ein bisschen die Richtung, die ich versucht habe. Ich nehme an, Sie sind ein Zweifler dessen, dass man es mit Offenheit und Spontanität an der Spitze nicht so lange durchhält. Das wäre jetzt meine Vermutung. Aber bitte beantworten Sie uns vielleicht, woher stammt dieser Eindruck, dass die Öffentlichkeit auch eine gewisse Mitverantwortung hat, dass die Kandidaten dann eher weniger spontan sind, vielleicht ein bisschen auch fremdgesteuert wirken in manchen kritischen Stellungnahmen. Wie ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht zu erklären, die in den letzten Jahren doch augenfällig ist? Ja, es wurde ja bereits erwähnt, völlig richtigerweise, dass ein absoluter Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin, die an der Spitze kommen will und da auch bleiben, immer beides sein muss. Also da braucht es die fachliche Kompetenz. Sonst merkt man auch sehr, sehr schnell, dass da jemand auf dünnem Alz steht. Aber es braucht eben tatsächlich auch die Art und Weise der Kommunikation. Der Kommunikation, das kann man allgemein als Charisma bezeichnen. Das ist aber sehr unterschiedlich gelagert. Also ein Charisma von Barack Obama unterscheidet sich sehr, sehr deutlich von dem von Angela Merkel. Deswegen sind es trotzdem beide erfolgreiche Kommunikatoren. Das heißt, das gehörte immer dazu. Ansonsten, wenn man ein guter Fachpolitiker ist, aber nicht kommunizieren kann, dann bleibt man eben Fachpolitiker und dann ist spätestens auf Ministeriumsebene Schluss. Was ich aber kurz sagen möchte, ist, wir haben durch die Zunahme der Kanäle, durch die Zunahme des kommunikativen Overloads, den wir ja letztendlich alle erleben, hat sich nicht die Hoffnung erfüllt, die wir vielleicht vor zehn Jahren hatten, dass letztendlich über die Social Media Kanäle, über das Internet, dass wir den komplett aufgeklärten, über allemaßen informierten Wähler haben, der im Folgesitz seines Wissens als großartiger Citiator zur Wahl schreitet und völlig rational seine Stimme abgibt. Sondern wir haben natürlich auch ein massives Informations-Tune-Out, um es mal amerikanisch zu sagen. Also dass eben viele Menschen sich aus dem gesellschaftlichen und aus dem politischen Kontext im Prinzip über die mediale Vielfalt, über die Zerstreuung verabschieden. Deswegen wir eine sehr, sehr überschaubare, dafür aber überinformierte Info-Elite haben. Wir haben dann ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum von wenig- bis mittelinformierten und ein leider wachsendes Spektrum von Menschen, die eigentlich herzlich wenig Bescheid wissen. Was natürlich durch die Art und Weise, wie wir heute kommunizieren, also beispielsweise auch durch Streaming, durch nicht-linearen TV-Konsum, wo dann eben einfach mal eine Nachrichtensendung wegfällt, die man früher automatisch mitgeschaut hat. Dadurch haben wir natürlich eine Situation, dass die Politik letztendlich in ihrer Verknappung immer klarer werden muss. Wenn ich dann wirklich viele Menschen erreichen muss, die eben nicht mehr eine Tageszeitung haben, die auch schon zu einer gewissen Tiefen der Information beigetragen hat, dann muss ich tatsächlich mit der Botschaft immer knapper und klarer und auch einfacher werden, was ja nicht bedeutet, dass ich unehrlich werden muss. Aber ich darf wirklich leider in den Wahlkämpfen, und Sie haben es gesagt, ich mache das seit langer Zeit, und es werden auch immer mehr, und ich stelle tatsächlich fest in meinem Team, dass wir auch immer weniger Allgemeinwissen aufbauen können bei unserer Kommunikation. Bevor wir dann noch auf das, Sie haben ein Charisma und ein paar andere Aspekte schon angesprochen, bevor wir auf das noch ein bisschen eingehen wollen, natürlich auch auf Ihre langjährige Kampagnen-Erfahrung, würde ich gerne Frau Liebhardt und Frau Bernhardt Sie noch bitten, es ging ja jetzt auch um Fragen des Bildeinsatzes, der Glaubwürdigkeit, des einerseits sehr informierten Publikums. Wie gehen denn Politikerinnen und Politiker aus Ihrer Sicht damit um, dass es ein zunehmend kritisches und bildkompetentes Publikum gibt? Sie schreiben ja dann auch über die Memme, sei es beliebte Form der Alltagskommunikation und den Austausch politischer Inhalte. Wie wird vielleicht auch auf kommunikative Fehlleistungen in dem Zusammenhang reagiert, wenn Sie uns das vielleicht ein bisschen verteuglichen möchten? Ich fange vielleicht mal an und würde gerne mal festhalten, dass man das wahrscheinlich nicht allgemein beantworten kann, sondern dass es sehr stark abhängt von den spezifischen Kompetenzen und wie gut auch die Teams sind, die die einzelnen Politiker und Politikerinnen beraten oder wie versiert die sind auch im Umgang mit ganz bestimmten Medienplattformen, also ganz in Plattformen spezifischen Affordanzen zum Beispiel beachten können. Der Punkt ist, dass ich glaube schon, dass man annehmen kann, dass es ein zunehmend mehr ins Bewusstsein dringender Faktor sein wird, dass eben User und Userinnen Bilder produzieren, die einen Einfluss haben auf den politischen Diskurs und auf die politische visuelle Kommunikation und dass man darauf reagieren muss und vielleicht auch das, was in solchen User-Userinnen-Affekt-Gemeinschaften produziert wird, sei es jetzt bestimmte Memes, das heißt Varianten von Bildern, die ja natürlich damit auch eine Form der politischen Partizipation darstellen, dass das Politiker und Politikerinnen vielleicht zukünftig besser aufgreifen oder verstärkt aufgreifen werden oder ihre Aufmerksamkeit stärker dorthin richten werden, um das in ihre politische Kommunikationsplanung auch mit einzubeziehen. Das ist nicht so stark, aber ich denke, es ist auf dem Weg. Frau Bernhard? Ja, ich teile die Einschätzung zu 100 Prozent. Wir sehen deutlich, dass es mitunter stark davon abhängt, wie ein Social-Media-Team reagiert. Wir haben jetzt gerade in Österreich im Wien-Wahlkampf ein sehr interessantes Beispiel, das auch Aufsehen erregt, und zwar der Spitzenkandidat der ÖVP im Wien-Wahlkampf, dessen Social-Media-Team hat einen kritischen Facebook-Eintrag des Autors Robert Menasse gelöscht und innerhalb kürzester Zeit wurde dieser Eintrag dann von anderen Nutzerinnen und Nutzern aufgegriffen und noch einmal ins Netz gestellt. Die Beiträge sind dann wieder verschwunden. Das erzeugt natürlich unglaubliche Aufmerksamkeit. Das heißt, es tritt ganz genau der gegenteilige gewünschte Effekt ein, den das Team des Politikers mutmaßlich verfolgt, also dass dieser kritische Eintrag verschwindet. Mittlerweile kennen ihn deutlich mehr Menschen, als ihn wahrscheinlich gesehen hätten, wenn er auf der Seite stehen geblieben wäre. Es gibt eine Anschlusskommunikation in klassischen Medien. Das ist dann doch mitunter recht schwer zu kontrollieren. Die Macht der Bilder, das vielleicht auch ein bisschen noch kritisch zu diskutieren, ermöglicht ja immer nur einen eingeschränkten Blick auf die Politik. Wovon ist dieser Blick geprägt, Frau Bernhard? Also ich teile auch die kritische Einschätzung, die Herr Staus vorhin abgegeben hat, voll und ganz. Diese verstärkte Sichtbarkeit ist ein unglaublich ambivalentes Phänomen. Also einerseits ist es ja auch mit einem enormen Ressourceneinsatz verbunden. Die Begleitung von gerade Spitzenpolitikern und Politikerinnen in den verschiedensten Situationen ist mit einem Anspruch an die Politik verbunden, der ja auch unglaublich schwer einzulösen ist. Also nicht jede Person fühlt sich vor einer Kamera oder mit Dauerbegleitung einer Kamera unglaublich wohl. Das sagt zunächst einmal überhaupt nichts über die Kompetenzen dieser Person als Politiker oder Politikerin aus. Das ist eine performative Qualität, die jetzt nicht alle im gleichen Maße haben. Gleichzeitig existiert dieser enorme Anspruch, sich sichtbar zu machen und auch Sichtbarkeitslogiken, die medial vorgeprägt sind, zu erfüllen. Das ist eine Wahnsinnsbelastung und eine extreme Herausforderung. Und zwar nicht nur für die Personen selbst, sondern selbstverständlich auch an Ressourcen. Das heißt, es privilegiert mitunter auch politische Gruppierungen, Parteien, die sich das leisten können. Das ist ein gutes Stichwort. Parteiengruppierungen, die sich das leisten können. Herr Strauß, Sie haben natürlich nicht mit den Budgets, die in US-Wahlkämpfen zur Verfügung stehen, aber mit den Mitteln einer Bundespartei, Sie waren vornehmlich für SPD-Wahlkämpfe in Deutschland tätig, auch auf Landtagswahlebene. Also ich darf Malu Dreyer nennen, ich darf Klaus Wobereit nennen, ich darf Olaf Scholz nennen. Wann haben Sie sich, und Sie haben ja schon Ihre beginnende Tätigkeit, damals in Berlin und mit dem Ausbau der SPD-Ost erwähnt, und der Volkskammerwahl in der DDR, wann haben Sie beschlossen, dass Sie Wahlkampf richtig können wollen? Waren das diese ersten Erfahrungen, oder war es dann die Erfolge mit Bill Clinton und Elgore? Nein, 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 ich habe wirklich für einen Jugendlichen oder gar Kind sehr, sehr einsamem Hobby gepflegt, in den Wahlkämpfen. Also es ist tatsächlich eine Geschichte, die mich von Anfang an fasziniert hat. Ich habe das auch in dem Buch mal kurz beschrieben, dass ich wirklich 1976 auf der Rückbank meiner Audis saß, mein Vater am Steuer und meine Mutter, das war ein Wahlsonntag, und neben mir meine Schwester, und ich saß die ganze Zeit völlig verrenkt, hinten und habe meinen Helmut-Schmidt-Aufkleber von innen gegen die Heckscheibe gehalten, weil ich ihn nicht draufkleben durfte, und habe mich da schon jedes Mal gefreut, wenn jemand eine Lichtrupe gegeben hat. Also ich war schon immer ein faszinierter Wahlkämpfer, und habe das dann tatsächlich auch versucht zu studieren, was nicht so einfach war in Heidelberg. Das war natürlich auch immer sehr weit weg von dem eigentlichen Geschehen, aber es ging doch gut. Und der eigentliche Durchbruch kam für mich, kam natürlich mit meinem Stipendium in die USA und dann dort verbunden damit mit einem Praktikum bei einem Senator namens Al Gore. Und der wurde dann zur gleichen Zeit Vizepräsidentschaftskandidat, sodass ich dann in die Klienten-Golf-Kampagne wechseln durfte. Und das war natürlich für mich das absolute Mekka. Da sind wir aber schon bei der Geschichte, die ja auch in dem Buch sehr eindrucksvoll, also in ihrem Buch, Frau Beinert und Frau Lieber, sehr eindrucksvoll beschrieben ist. Es ist tatsächlich ja schon immer der Kampf um diese Bildhoheit gewesen. Ich habe das tatsächlich zu dem Zeitpunkt erlebt, da war es für mich neu. Für die gab es wahrscheinlich auch schon Wahlkämpfe, die zehn Jahre zuvor lang. Ich habe unheimlich viel aus dem Clinton-Grohr-Wahlkampf, dann später im Obama-Biden-Wahlkampf wieder erlebt. Nur natürlich immer mit fortgeschriebenen Technologien, auch mit fortgeschriebenen Ansprüchen. Und da komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück. Es ist natürlich ein Punkt, Sie müssen das alles bewältigen können. Sie brauchen Teams. Es ist eine finanzielle Ressource. Wir haben im letzten amerikanischen Wahlkampf-Institution gehabt, dass beide große Parteien jeweils eine Milliarde Dollar ausgegeben haben. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in Deutschland Wahlkämpfe auf Bundesebene, die, ja gut, da hat so jeder so um die 25 Millionen. Und aus Erfahrung weiß ich, dass in Österreich die Wahlkampfkosten und Erstattung sehr üppig ist. Also ich sage mal so, Sie sind nicht schlecht ausgestattet bei den Geldern, die normalerweise für Wahlkämpfe zur Verfügung stehen. Aber es ist natürlich am Ende eine Materialschlacht. Und wir erleben natürlich auch das Phänomen, dass eben Parteien, wie sich bei uns in Deutschland, zum Beispiel die AfD, die sich erst quasi in Internetzeiten, in Social Media-Zeiten formiert und organisiert hat. Oder bei Ihnen natürlich auch sehr, sehr stark von Anfang an die FPÖ, die zumindest nach ihrer Verjüngungskur, sage ich jetzt mal, eben sehr, sehr stark auch auf digitale, eben nicht nur Kommunikation, sondern vor allen Dingen auf digitale Organisation und Motivation ihrer Anhänger und Mitarbeiter gesetzt hat. Da tun sich die großen Parteien häufig schwer. Die ÖVP hat quasi jetzt unter Kurz sich auch komplett neu erfunden mit sehr jungen, guten Leuten, die ich auch noch kenne, die wirklich zu den Besten gehören. Ob man das jetzt politisch so empfindet oder nicht, ist mal gar nicht die Frage. Aber da ist auf jeden Fall ein hohes Grad an Wissen und ja, auch an Tatkraft und auch dem bewussten und nicht immer risikoarmen Neuorganisationsprozess. Den hat die SPÖ definitiv verschlafen. in der Vergangenheit. Da muss ich jetzt ganz, ganz massiv nachholen. Und insofern merkt man daran schon, das ist auf der einen Seite eine Ressourcenfrage. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage, wie organisiere ich mich in diesem Raum? Und wir haben eben auch das Phänomen, dass eben, obwohl man wenig Geld hat, wie zum Beispiel die Piraten damals in Deutschland, die haben da zwar politisch in die Luft ausgegangen, aber dass man natürlich über diese Organisation und diesen Raum auch die Möglichkeit hat, relativ schnell viele Menschen zu erreichen und für sich zu begeistern. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt nicht eher eine breitere demokratische Offenheit ermöglicht, ob man das jetzt immer mag oder nicht, ist die andere Frage, als es zuvor der Fall war, weil natürlich über den Organisationsraum Internet und Social Media natürlich auch mit vergleichsweise geringen Geldern eine hohe Aufmerksamkeit generiert werden kann, wenn man das richtig macht. Auf der anderen Seite haben wir bei der gekauften Kommunikation, ich komme gleich zum Ende, auf der gekauften Kommunikation haben wir jetzt natürlich das Problem bei den großen Parteien, dass man diesen Break-Even-Point noch nicht richtig erreicht hat. Das heißt, man kann nicht sagen, ich setze jetzt alles in den einen Kanal und lasse den anderen sein, sondern es wird immer, immer mehr. Und wenn man das alles gleichzeitig bedienen will, natürlich auch immer teurer und sie brauchen natürlich auch unheimlich viel Manpower. Und da geht viel rein im Augenblick in den Wahlkampf mehr. Ich würde gerne noch eines anhängen, damit wir wieder einen Einblick bekommen, einfach wie Wahlkampagnen zu orchestrieren sind. Also wir haben jetzt von Ihnen dreien schon gehört, es gibt viele Komponenten moderner Wahlkampagnen. Es gibt, wie Sie jetzt ja dargestellt haben, um die Orchestrierung von Mitarbeitern, von Strategien, von Agenturen, wie Sie eine betreiben. Aber vielleicht verdeutlichen Sie es daran, welche vier Voraussetzungen gibt es für eine erfolgreiche Wahlkampagne. Und vielleicht ergänzend hat eine Wahlkampagne viel in Strategie, Taktik oder ist es nur Arithmetik unter Anführungszeichen nur zu tun? Also funktioniert das nicht. Also Sie können das nicht auf dem Reißbrett planen. Also Sie müssen schon auch, jetzt kommen wir mal drauf an, in welchem Stadium wir jetzt sprechen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin und der tritt für eine bestimmte Partei und damit natürlich auch für eine bestimmte Programmatik an. Dann ist es auf jeden Fall richtig, also das ist jetzt mein Vorgehen, um jetzt vielleicht mal so ein bisschen den Einblick zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es andere machen. Aber mir ist es unheimlich wichtig, dass ich mit dem Kandidaten oder mit der Kandidatin eben längere Gespräche führe, bevor wir letztendlich in die Kampagnenplanung gehen. Wenn das der Zeitraum erlaubt, und manchmal ist das ja so, dann passiert das bis zu zwei Jahre vor dem eigentlichen Wahltag. Das heißt, dass man tatsächlich sich kennenlernt, weil durch das, was wir auch heute schon diskutiert haben, ist natürlich Vertrauen ein unheimlich wichtiges Element in einem erfolgreichen Wahlkampf. Man hat eben als Politiker kaum noch Rückzugsräume, kaum geschützte Räume. Und jeder Politiker oder jede Politikerin, die lange genug dabei ist, hat automatisch ein, ich will nicht uncharmannt dickes Fell, aber so eine Art Panzer auf jeden Fall um sich herum aufgebaut und schützt sich einfach auch. Und das zu durchdringen und an den Kern der Person vorzudringen, das braucht einfach ein bisschen Zeit und Gespräche. Und dann lasse ich mich da, lassen wir uns sehr gerne drauf ein. Und dann versuche ich wirklich nochmal an den Kern der Person ranzukommen. Was treibt dich? Warum willst du da hin? Was kannst du besser machen? Warum tust du dir das an? Das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja ein Mörderjob, den die meisten sich da antun. Und ich glaube, wenn man da eine gewisse, jetzt komme ich zu dem schrecklichen Wort Authentizität, aber am Ende stimmt es halt auch. Sie müssen tatsächlich zum Kern der Person und auch Ihres Anliebens vordringen. Und dann können Sie darum einen wirklich glaubwürdigen und einen echten Wahlkampf machen. Und dann ist es auch so, dass wenn Sie sich auf eine gemeinsame Linie verständigt haben und andere mit ins Boot geholt haben, dass Sie dann auch gefechtigt sind. Weil Sie werden in jedem Wahlkampf Rückschläge erleiden. Sie werden kritische Phasen erleben. Sie werden Umfragen haben, die mal hoch, mal runter gehen. Und wer dann keinen Kompass hat, der verliert definitiv das Ziel aus den Augen. Diese Kampagnen, die kennen Sie auch alle, die dann anfangen zu eiern, wo plötzlich keine Richtung mehr da ist, wo man merkt, dass der Kandidat oder die Kandidatinnen dünnhäutig werden, dass sie nicht mehr wissen, wo es eigentlich lang geht. Und das sind alles Kampagnen, die sich im Vorfeld nicht verständlich sagen, was ist unser Weg und wie ziehen wir denn durch. Dann ist das noch immer kein Garant für Erfolg, aber alles andere ist definitiv ein Garant für Misserfolg, wenn Sie das eben vorher nicht geklärt haben. Und insofern ist dieser frühe Beginn der Zusammenarbeit, das A und O auch der frühe Beginn eines vertrauenswürdigen Teams um sich herum, da muss die Person, die am Ende an der Spitze steht und dann eben in den letzten Wochen auch durch diesen Marathon von Interviews, Talkrunden, Debatten und so weiter geht, da muss sie absolut gefechtigt sein. Also das erleben wir bei vielen Kampagnen, ich glaube, ich schreibe auch einfach ein Buch über alle Gescheiterten. Aber Sie können eigentlich das immer daran ablesen, dass diese Kampagnen meistens gestolpert sind, weil sie eben nicht gut vorbereitet waren und weil es eben dieses Vertrauen untereinander auch nicht gab. Vielen Dank. Ich möchte jetzt, bevor wir dann noch auf zwei Kampagnenbeispiele eingehen, noch mit Frau Bernhardt und Frau Lieber zwei Aspekte besprechen, die Sie jetzt noch angesprochen haben. nämlich das eine ist die Authentizität. Frau Bernhardt, was ist das wichtigste Kriterium für die Glaubwürdigkeit? Ist es diese wahrgenommene Authentizität aus Ihrer Sicht und vielleicht ergänzend dazu, wird die Authentizität oft als Gegensatz, vielleicht auch als ein positiver Gegensatz von Inszenierungen verstanden? Ja, wird in einem Alltagsverständnis durchaus so aufgefasst und bringt Kommunikatoren und Kommunikatorinnen immer wieder in die paradoxe Rolle, dass sie erklären, dass alles authentisch sei und dass selbstverständlich nichts geplant und inszeniert ist. Und wir wissen natürlich alle, das trifft für Wahlkämpfe und auch für die Regelkommunikation in der Politik selbstverständlich nicht zu. Das würde schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Authentizität ein relationales Konzept ist. Das heißt, ein Politiker, eine Politikerin wird nie für alle Publikumsgruppen in gleichem Maße authentisch wirken oder glaubhaft wirken, sondern es wird für verschiedene Gruppierungen mehr oder weniger gut funktionieren. Wir haben im Buch ein Beispiel gebracht, wo Beate Meinl-Reisinger von den Neos in Österreich ihre kleine Tochter zu einer Besprechung mitnimmt und so fotografiert wird, dass man zwar das Köpfchen des kleinen Kindes sieht, aber die Anonymität gewahrt bleibt. Aber man sieht sehr deutlich, sie ist in einer Besprechungssituation mit ihrem Team und sie normalisiert dabei diese Vereinbarkeit, diese schwierige von einem Wahlkampf mit ihrer Betreuungsverpflichtung. Und dieser Eintrag hat für ihre, in diesem Fall Instagram-Community, sehr, sehr gut funktioniert. Also die fühlten sich angesprochen, die haben den Beitrag sehr gelobt. Das war ein Beitrag, der kam enorm gut an. Ich habe den dann in einem komplett anderen Setting diskutiert mit einer Gruppierung, die politisch komplett anders positioniert war. Die fanden das grauenhaft und die fanden das eine Funktionalisierung des Kindes. Das heißt, es ist unheimlich schwierig mit einem Bild und das kann man nicht erreichen. Dieser Anspruch wäre vollkommen irrational zu sagen, ich kann sämtliche Publikumssegmente in gleichem Maße damit abholen oder anders gesagt, ich werde für alle gleichermaßen authentisch wirken. Das kann nicht der Fall sein, so ist es nicht. Was sicherlich sinnvoll ist, ist zu verstehen, was sind diese zentralen Kernbotschaften, für die ich stehe, was sind die Issues, für die ich eintrete und wie verbinde ich die auch mit meiner Person beziehungsweise mit den Elementen, die ich von meinem vielleicht auch höchstpersönlichen Lebensbereich einbringen möchte und kann. Und das ist eine Tendenz, die wir in der politischen Kommunikation momentan intensiv beobachten können, dass eine starke Verschränkung auch biografischer Elemente mit Kampagnen passiert, um eine stärkere auch Authentizitätswirkung zu erzielen. Und vielleicht noch ein Beispiel, das mir damals auch aufgefallen ist. Also Authentizität heißt ja zunächst mal nur, dass Sie nicht versuchen, Ihren Kandidaten oder Ihre Kandidaten etwas machen zu lassen, was völlig unglaubwürdig ist, oder eben gar, was eigentlich einer der Hauptfehler ist, die die Politikerinnen und Politiker machen oder ihre Berater ist, dass sie sagen, du musst jetzt so oder so werden. Also das geht immer schief. Und es gibt genug Beispiele, wo man sagen kann, das funktioniert so. Und ich nehme mal den aktuellen amerikanischen Präsidenten. Der ist hochauthentisch. Es gefällt wahrscheinlich vielen nicht, also mir nicht, aber authentisch ist er auf jeden Fall. Und wenn er von seinen Beratern Dinge aufgeschrieben bekommt, die würden Dinge, die Empathie beinhalten, dann wirkt er sofort unauthentisch, wenn er die vorträgt. Das heißt, man glaubt es ihm schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, er wird verraten, etwas zu tun, woran er es glaubt. Er liest das dann vor und sagt dann fünf Minuten später in dem Interview das Gegenteil. Und dann merkt man eben, was Authentizität tatsächlich ist. Und da gibt es natürlich immer mal wieder das Problem der Überinszenierung, auch gerne diese gewollte Egalisierung. Also ich erinnere mich an Bundeskanzler als Pizzabooten. Gab es, glaube ich, in Österreich. und andere Dinge, wo man einfach sagt, was im Himmels Willen soll das? Also niemand möchte das. Und das ist weder authentisch, noch glaubt irgendjemand. Und insofern sieht man dann so ein paar Beispiele, sowohl den Versuch einer Überinszenierung oder wie gesagt der Egalisierung, ich bin doch einer von euch. Und auf der anderen Seite den Versuch, jemandem gute Dinge sagen zu lassen, die er aber einfach nicht sagen will. Also in jede Richtung funktioniert das schlicht und ergreifend. Und das ist wiederum, ja, da kann man wieder darüber besprechen, ist das vielleicht auch ein Vorteil dieser Entlösung durch die Medien. Also fallen dann die falschen Fuchtiger sozusagen auch eher auf, als es früher der Fall war. Frau Berners? Hallo? Ja. Herr Waffer? Ich denke gerade über den letzten Satz nach. Aber ich glaube, Frau Liebhardt hatte was dazu. Genau. Na, ich wollte nur sagen, also mir würde natürlich spontan ein Beispiel einfallen, das knüpft an, sowohl was der Herr Staus, als auch was Petra Bernhardt vorher gesagt hat, zum Thema Authentizität und die Frage, wie verkaufe ich das und wie verbinde ich den Kandidaten oder die Kandidatin selber mit der politischen Botschaft. Und das wäre aus dem letzten Bundespräsidentschaftswahlkampf. Weil da gab es ja das Problem, den jetzigen Bundespräsidenten mit Eigenschaften zu vermarkten oder auch zu verkaufen oder den Wählern, Wählerinnen nahezulegen, die jetzt ein bisschen sperrig sein könnten. Also ich simmetsche das intellektuell. Jemand, der ein großer Freund Europas ist, der in der Flüchtlingsfrage eine ganz andere Positionierung einnimmt als viele andere Politiker, Politikerinnen in diesem Land. Und es hätte ja überhaupt keinen Sinn gehabt, den Habitus oder zu versuchen, diesen Habitus, den Alexander Van der Bellen, hart irgendwie zu verändern, seine Eigenschaften zu verändern und auch nicht seine inhaltlichen Positionierungen. Und was gemacht worden ist in dieser Kampagne, ist diese Elemente zu einer Story zu verknüpfen, die mit der Biografie des Kandidaten verbunden war, mit der Fluchtgeschichte seiner Familie, mit seiner Verankerung lokal, regional, im Tiroler Kaunertal, mit dem, dass er Heimat als etwas definiert, wo man angenommen ist und nicht etwas, was territorial sowieso vorgegeben ist. Eine gewisse Ironie über die eigene Rolle als älterer Intellektueller und so weiter und so fort. Und was das Ganze verknüpft hat, waren Bilder der österreichischen Landschaft. Das heißt, es war die Klammer, da war das Visuelle, die Landschaft, die Klammer, mit dem Authentizität, die Story, die Person, alles verknüpft worden ist und letztendlich gut funktioniert hat. Letztendlich war das sehr, sehr erfolgreich. Und es ist auch über viele verschiedene Kanäle gespielt worden. Das heißt, nicht nur über Social Media, die sehr, sehr wichtig waren in dem Wahlkampf, aber natürlich auch über die Plakate und über die Spots und so weiter und so fort. Also das wäre ein Beispiel, wie sowas umsetzbar ist. Alles klar. Also das Zusammenspiel von visueller Kommunikation mit Texten, mit Botschaften und vielleicht in gewisser Weise auch mit Sprache, wenn man die Auftritte unseres Herrn Bundespräsidenten zu den überlegten Worten ja da ein bisschen beobachten möchte. Ich wollte noch einen Aspekt ansprechen, den Herr Staus vorhin angesprochen hat. Das war nämlich der Panzer, den sich Politiker zulegen. Sie befassen sich ja in Ihrem Buch auch damit, welche Effekte das Politainment, wie Sie das nennen, haben oder auch das Negative Campaigning und wie sich das ändert. Wie funktioniert denn das heutzutage? Wie werden diese Fehler und Schwächen der politischen Gegner oder ihrer Positionen betont? Sie haben ja das positive Beispiel gebracht, wo Alexander von der Bellen das eigentlich zu einer Stärke umgedreht hat. Sprechen Sie? Entschuldigen Sie, ja, bitte. Also für Negative Campaigning würde mir als allererstes einfallen, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss mit dem Einsatz von Negative Campaigning und dem Desavouieren des politischen Gegners, weil das kann sehr schnell auch nach hinten losgehen. Das hängt sich ja auch immer sehr stark von der politischen Kultur eines Landes ab. Das ist nicht nur eine kommunikationsspezifische Frage, sondern auch, was ist das gesamte politische Setting? Es kommt trotzdem immer wieder vor, aber was genau Negative Campaigning ist, ist auch ein umstrittenes Konzept. Also gibt es Diskussionen, muss man da wirklich den Gegner richtig beleidigen oder ist eine Form der wertenden Abgrenzung geht auch schon in diese Richtung. Also es ist in Recht ein breites Feld. Bei uns ist jetzt in unseren Forschungen, in unserem Buch ist jetzt Negative Campaigning nicht so etwas ganz, ganz Zentrales. Das kommt auch vor, aber das wäre mein Einstieg. Aber ich denke, Petra Bernhard hat sicher auch noch was zu sagen dazu. Ja, absolut. Diese Angriffe vor allem auf tatsächliche oder vermeintliche Schwächen des politischen Gegners, das ist ja etwas, das ebenfalls eine sehr, sehr lange Tradition hat. Und wenn wir uns gerade die Plakatebene anschauen, dann sehen wir, dass der Negativ-Wahlkampf schon deutlich drastischer war, also gerade auch was den österreichischen Kontext betrifft, dass wir jetzt momentan läuft. Was natürlich eine Ausweitung des momentanen kognitiven Spektrums ausmacht, ist der Umstand, dass sich neben den Kampagnen selbst verstärkt auch Nutzerinnen und Nutzer einschalten, die dann Themen der Kandidaten oder Eigenschaften der Kandidaten aufgreifen und sie im Netz zum Beispiel über Memes oder über selbstproduzierte Bilder thematisieren. Wir haben vorhin von Alexander van der Bellen gesprochen, da wurde zum Beispiel das Thema Rauchen unheimlich ambivalent diskutiert. Einige Memes haben das als Faktor von Coolness gesehen, als Lifestyle-Element. Andere wiederum haben sich auf den Aspekt der Negativ-Kampagne draufgesetzt und gesagt, ist das bei einem Kandidaten dieses Alters nicht auch noch ein gesundheitliches Problem? Also das heißt, kaum ein Bereich, der thematisiert wird über einen Kandidaten, eine Kandidatin, kann nicht auch zum Gegenstand von einer Kampagnisierung werden. Das ist sicherlich ein sehr, sehr problematischer Aspekt und sicherlich auch einer der Kampagnenplaner und Planerinnen sehr beschäftigt. Ja, das ist mir nämlich bei dieser Van der Bellen-Kampagne, muss ich sagen, also von der FPÖ-Seite, von der Gegnerseite her nämlich auch besonders unangenehm aufgefallen und darum wollte ich diesen Aspekt schon auch noch behandelt wissen von den Expertinnen und den Kampagnenmachern. Bevor ich dann noch eine Abschlussfrage an Sie habe, die auch ein bisschen einen Ausblick geben soll, an Sie drei, Herr Staus, wir haben jetzt über die Kampagnen gesprochen. Nachdem Sie das Buch von Petra Bernhard und Karin Liebhard erwähnt haben, ich darf jetzt auch Ihr Buch einblenden in der erweiterten Neuausgabe diesen Spiegel-Bestseller, lassen Sie uns vielleicht noch an zwei Praxisbeispielen teilhaben. Sie haben als die möglicherweise perfekte Kampagne die Kampagne in Hamburg für Olaf Scholz bezeichnet und die schönste Kampagne für Klaus Wobereit in Berlin vielleicht lassen Sie uns da noch ein paar praktische Eindrücke welchen Anteil vielleicht auch Sie als Kampagnenmacher daran hatten und lassen Sie uns da noch ein bisschen daran teilhaben. Ja, also es war insofern ganz interessant, weil es zwei Wahlkämpfe waren in den beiden größten Städten Deutschlands und mit zwei extrem unterschiedlichen Persönlichkeiten aber für die gleiche Partei und ich glaube, die sind auf meiner Webseite auch noch vorhanden. Also wenn man die mal nebeneinander liegt, dann sieht man auch schon mal, dass das zwei völlig unterschiedliche Bildsprachen sind, um es mal bei dem Thema zu bleiben. Also Olaf Scholz ist tatsächlich der in sich ruhende, der überlegte, ja im Prinzip im Solitär. Und Olaf Scholz beispielsweise zu sagen, naja, du kommst immer ein bisschen kalt rüber oder ein bisschen distanziert mit, sagen dich jetzt mal in der Kita oder mit jungen Leuten und unterwegs und so weiter und so das wäre genau die Art von Unglaubwürdigkeit, die ich angesprochen habe. Und Klaus Boberheim ist natürlich das komplette Gegenteil. Sie können mit Klaus Boberheim auch heute übrigens noch keine drei Meter durch Berlin gehen, ohne dass er, gut, jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht ist es etwas anders, aber ansonsten wird er sofort umringt. Die Leute wollen Selfies machen, sie sind komplett distanzlos, sie nennen ihn wo wie, sie duzen ihn. Das heißt, das ist natürlich eine völlig andere Persönlichkeit. Wenn man diese beiden Kampagnen nebeneinander legt, die innerhalb von sechs Monaten in Hamburg und in Berlin entstanden sind, dann ist das eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, wie Bildsprache eben dann auf die jeweilige Person, auf das Programm, auch auf die Stadt macht es natürlich, die Stadt Berlin ist völlig anders, die Kampagnen hier Berlin, die ist ein bisschen schmutzig, schnoddrig, die Leute haben das Hemd aus der Hose hängen und so weiter, wie dieser Berlin halt ist. Und Hamburg ist natürlich alles schön korrekt und gescheitert und alles eben aus, als ob sie gerade direkt aus der Badewanne und die Ankleider auf die Straße gekommen sind. Und das sind einfach diese Art und Weise, wo sie einfach das Gefühl auch vermitteln können. Das ist jetzt zwar ganz banal über das Traditionsmedium Plakat, was aber kurioserweise in den Zeiten, in denen wir sind, ja gar nicht an Stellenwert verloren hat, weil im Gegenteil, also wir haben hier natürlich über das Plakat eine Situation, dass das nach wie vor ein Kanal ist, wo wir sehr viele Menschen erreichen, weil egal, wo sie sie sonst in sozialen Medien oder im Fernsehen oder sonst wo tummeln, auf die Straße wissen sie irgendwann. und dann erreiche ich sie eben darüber. Das heißt, das ist eigentlich ein Beispiel, was auch noch wichtig ist, das ist vielleicht ein Aspekt, den wir später noch diskutieren können, bei der Bildwelt, bei den Bildwelten möchte ich auch nochmal kurz einen Aspekt darauf werfen, was für ein großer Unterschied es ist, ob sie für einen Mann oder für eine Frau werben. Das ist alleine schon mal eine ganze Sendung wert, glaube ich, sowohl was die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit als auch der Medien angeht, aber natürlich auch, was dann letztendlich den Aufwand betrifft, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr großer Unterschied und dann, vielleicht kommen wir dann später in der Debatte noch dazu, natürlich jetzt auch, wie generiere ich eigentlich Bilder zu Corona-Zeiten. Also ich habe eine Erwartungshaltung, ich habe ein gelerntes Erwartungshaltung in der Bevölkerung, was Politik, Politikvermittlung Nähe zu Menschen angeht. Ich habe natürlich Personen, Politiker, das darf man nicht vergessen, für die ist das ja nicht immer nur eine Last oder eine Würde unter Menschen zu geben, sondern die lieben es. Also viele tun es und zehren daraus natürlich auch Energie und Anerkennung und ich mache es bereits jetzt gerade im Beikampf wieder für Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, da ist es schon wieder so weit im März, die leidet darunter, dass sie jetzt Videokonferenzen machen muss, dass sie den Leuten zehn Meter Abstand hat, dass sie nicht ins Gesicht gucken kann, weil alle Masken aufhaben, also das sind auch Aspekte, wir werden jetzt also da im März in Deutschland die ersten großen Wahlen haben, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt, die unter diesen Bedingungen laufen und wir sind alle am Ausprobieren, also sowohl was die Bilder angeht, wenn wir jetzt an banale Dinge denken, wie die Produktion von Spots, die Produktion von Plakaten, wie nah dürfen da die Leute beieinander stehen oder kriege ich dann später Entschuldigung einen Schicksal, weil alle schreiben, das kann doch gar nicht sein und weil man sich mittlerweile so daran gewöhnt haben, dass Abstand gewahrt werden muss, dass plötzlich ein Bild seltsam vorkommt, in dem die Menschen sich umarmen und das sind alles im Moment die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich nicht eine so freundliche Runde zugeschaltet bin und wo wir uns alle vortasten. Sie haben ja Frauen angesprochen, Frauen in der Politik, Sie haben ja auch für Hannelore Kraft zwei Wahlkämpfe glaube ich sogar gemacht, neben der Glaubwürden, den dritten hätte ich jetzt nicht erwähnt, aber man muss auch zu den Ja, das ist Demokratie. Ja, ja, natürlich, klar. Nein, aber ich glaube, dass beide Kandidatinnen ja zunächst unterschätzt wurden und es dann aber mit Glaubwürdigkeit, Offenheit und Empathie und Empathie muss auch in der Spitzenpolitik aus meiner Sicht zumindest keine Schwäche sein, dann gewonnen haben. Aber ich würde jetzt gerne, bevor jetzt mir die Publikumsfragen eingeblendet werden beziehungsweise dann diese Diskussionsteilnehmer jetzt dann zugeschaltet werden von der Regie, würde ich gerne noch abschließend eines fragen. Unabhängig jetzt, Corona ist natürlich jetzt das große Thema, aber es sind ja auch sonst wachsende Unterschiede feststellbar. Es ging vorhin schon um die Informierten und um die weniger Informierten. Es gibt auch Unterschiede Stadt-Land, weil man sich jetzt natürlich sehr stark mit städtischen Wahlkampagnen in Wien, Berlin, Hamburg befasst. Wie bewerten Sie denn auch bezogen auf Bildsprache, aber vielleicht auch auf Wahlkämpfe und Wahlkampagnen insgesamt die Debattenkultur, die derzeit herrscht? Ich möchte jetzt keine neue Populismus-Debatte anfangen, aber es gibt doch einen gewissen Verlust vielleicht von einem zivilisierten Umgang oder von einem Mangel an Haltung, dem man vielleicht begegnen kann, dass diese Zeit auch die progressiven Kräfte irgendwie doch brauchen oder die Mutmacher. Da würde mich noch abschließend die Einschätzung und vielleicht dann auch einen gewissen Ausblick unserer Gäste interessieren. Braucht es den Vorwärtsklang statt der Anbieterung? Wiederum lange Rede, kurzer Sinn. Wer möchte beginnen? Frau Liebhard vielleicht? Ich glaube, die Frage, die Sie gestellt haben, die ist so umfassend, dass man die jetzt wirklich schwer in ganz kurzen Sätzen beantworten kann. Das würde ich auch nicht in einer halben Stunde beantworten. Ich würde, wenn Sie mir erlauben, würde ich ganz gern nochmal auf etwas eingehen, was wirklich mit den Bildern, die auch kommuniziert werden und über Bilder gesprochen wird. Da finde ich schon ziemlich interessant, dass wir alle eine Lesekompetenz haben und ziemlich geübt sind im Umgang mit Texten und gleichzeitig sehr oft über Bilder sehr schnell gesprochen, geurteilt, etwas gesagt wird, ohne dass es wirklich eine Bildkompetenz gibt. Und wenn wir vorher von der Macht der Bilder oder der potenziellen Macht der Bilder gesprochen haben, dann denke ich, die Macht der Bilder, so sie die überhaupt in dem Ausmaß gibt, die ist ja auch immer nur so lang da oder so weit da, so weit die, die die Bilder sehen, die die Bilder betrachten, die User, Userinnen, nicht kritisch mit diesen Bildern umgehen können. Viele machen es schon, aber ich denke, das wäre schon ein Punkt, wo man sicher irgendwie auch noch weiterarbeiten kann. Das wäre mein Punkt, den ich machen wollte. Und der zweite Punkt ist, dass es natürlich gibt furchtbare Bilder, die jetzt zum Beispiel auch im Wien-Wahlkampf eindeutig rassistisch konnotiert plakatiert werden. Ich glaube, das brauchen wir jetzt im Detail nicht besprechen, weil das wahrscheinlich eh bekannt ist. Ich denke dennoch, es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch nie nur das einzelne Bild ist, das wirkt, sondern, dass man das immer in einem Gesamtpaket sehen muss. Bei der Partei, die das plakatiert, ist es fast in einem Szenario, das sich seit Jahrzehnten entwickelt hat und bedient immer wieder dasselbe Muster. Also das ist, denke ich, schon noch ein Punkt, den man in dieser ganzen Debattenkultur vielleicht noch unterstreichen könnte. Alles klar, vielen Dank. Frau Bernhardt, darf ich Sie mir Ihre Einschätzungen bitten? mir war noch ein Punkt sehr wichtig, der ein bisschen die Brücke schlägt zwischen den Phänomenen, die wir gerade in US-amerikanischen Wahlkämpfen behaupten können und das, was in Zentraleuropa passiert, diese unglaubliche Akzeleration, dieser Geschwindigkeitszugewinn im Wahlkampf, einerseits, dass sich das Ganze auf eine lange Spanne ausdehnt, andererseits, dass die Taktung der Termine enorm zunimmt, das fordert nicht nur politische Kommunikatoren und Kommunikatorinnen enorm heraus, sondern es ist auch eine enorme Herausforderung für das Publikum und gleichzeitig für eine zunehmend personell, aber auch finanziell ausgedünnte Medienlandschaft. Das heißt, hier einen Fokus bewahren zu können, auf Kernthemen, auf Kernanliegen und nicht in einen Metadiskurs ausschließlich zu kippen, um zum Beispiel über stilistische Fragen hauptsächlich zu sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den wir uns konzentrieren sollten und müssten, damit für die, die Politik nachvollziehen wollen, die sie verstehen wollen, die sich in diesen Prozess aktiv einbringen und involvieren wollen, noch klar wird, worum geht es denn eigentlich? Und das ist nicht so sehr die Frage, was hat Politiker A und B vielleicht für einen Kindheitsberufswunsch gehabt und der wird dann für ein großes Boulevardblatt aufgeführt mit einer Bildstrecke, sondern ein anderer Fokus und das müsste eine Einigung sein, die sowohl die Medienlandschaft betrifft, als auch die politische Kommunikation und damit die Parteien und politischen Akteure, Akteurinnen selbst, hier vielleicht einen Gang runterzuschalten nach Möglichkeit, um den Fokus auf die zentralen Aspekte zu richten. Vielen Dank, Herr Staus. Ja, ich denke, Sie hatten ja auch gefragt, wo ist denn da jetzt ein Fenster für eine progressive Politik oder eine progressive Koalition? Also ich denke zunächst mal, wir haben jetzt schon eine massive Veränderung der Agenda durch Corona, das darf man klar sagen, das ist ja ein kollektives Ereignis, wie man es so, ja, ich zumindest noch nicht erlebt habe, die meisten anderen vermutlich auch nicht, also das ist ja eher gleich mit heute vielleicht noch mit einem gemeinsamen Krieg, den wir vor 60, 70 Jahren Generationen erlebt haben, aber ein kollektives Erlebnis, wo man sagt, okay, ich muss jetzt so und so viel Rücksicht nehmen, ich muss mein Lebensstil verändern, aber eben auch eine völlige Akzentverschiebung, was die Rolle des Staates angeht. Und wir haben hier in Deutschland eine Situation, dass das Vertrauen in den Staat also massiv zugenommen hat in der Corona-Zeit in allen Umfragen, das Vertrauen auch zur Regierung, zum Regierungshandeln, gleichzeitig sind andere Themen, wie zum gesundheitliche Versorgung, wir reden ja auch viel über den ländlichen Raum, wir haben in Deutschland auch viele Schließungen oder schließungsbedrohte kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum, das ist die Debatte komplett umgekehrt, das heißt die Suche nach einem aktiven, verantwortungsvollen Staat, auch die Orientierung in Richtung eines aktiven Staates hat hier die Agenda ordentlich durcheinander gewirbelt und eben auch die Themen, die ja bei Ihnen auch zum Teil eben dominant waren, obwohl sie zum Teil faktisch eher eine Scheindominanz hatten, also die ganze Frage Asylpolitik, Flüchtlingspolitik und so weiter, die hat sich jetzt eigentlich wieder dahin verschoben, dass die tatsächlich wichtigen Themen wieder stärker auf der Agenda sind und das kombiniert und das kombiniert mit dem neuen Meta-Thema Klima- und Umweltpolitik, das ist natürlich letztendlich eigentlich im Nährboden, in den progressive Parteien realisieren müssten, allerdings, und das ist mein wiederum, da bin ich wieder bei den Bildern, es muss auch eine positive Emotion dabei sein, es muss ein Aufbruchssignal davon ausgehen, wir können nicht davon leben, dass jetzt alles trist ist und jetzt sind dann die Retter und der Staat kommt und alle freuen sich, sondern auch hier muss letztendlich eine Bewegung entstehen, die sagt, das können wir besser, das können wir gemeinsam besser, wir dürfen die positive Emotion wirklich nicht vergessen und letztendlich ist das auch immer ein Ausweis und da ist mir gerade zum Beispiel als aktuelles Beispiel, die Bilder, die mir die Demokraten aus Amerika gerade liefern, die sind mir zu defensiv, die sind mir zu trist, das ist mir zu wenig auch Aufbruch und Emotion, so schwierig das herzustellen ist, aber die Bilder von irgendwelchen aus meiner Sicht doch relativ schwer zu ertragenen Trump-Fans auf ihren Motorjachten oder auf ihren Trucks, das sind letztendlich Bewegungsbilder, das sind auch Machtbilder, das sind auch Überzeugungsbilder, die mich eher erschrecken, als sie mich positiv einnehmen, aber mir fehlen schon die Gegenbilder einer positiven demokratischen Bewegung, ich glaube natürlich, dass es gut geht, aber was die Bildsprache gerade angeht, ist das eben leider eine sehr defensive und ich glaube, dass wir alle, die wir in demokratischen Parteien und in Europa oder sonst wo arbeiten, die jetzt eher progressiv ausgerichtet sind und wir auch immer dran erinnern müssen, am Ende wollen wir gut haben. Herr Strauß? Jetzt bin ich gerade eingefroren. Ja, Sie waren kurz weg, wenn Sie vielleicht die letzten zwei, drei Sätze noch mal wiederholen können. Achso, ich wollte nur sagen, sagen, es geht wirklich um diese positive Emotion, also wir können uns nicht darauf verlassen, als progressive Parteien, dass wir nur aus Verzweiflung über andere gewählt werden, sondern wir müssen den Leuten eben selbst auch Spaß machen, müssen wir sagen. Alles klar. Gut, dann habe ich jetzt noch zwei, drei Publikumsfragen, die geschickt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir glaube, dass wir nicht zuschalten müssen bei dem Webinar. Ich bin das jetzt nämlich kurz schon parallel ein bisschen durchgegangen, einiges, auf einiges sind wir schon gekommen. Die eine Frage war, also ich kann sagen, Herr Stausse, behandle das mit der Checkliste für Kandidaten, aber eine Frage war, welche Frage oder welche Fragen müssten sich Politiker stellen, bevor sie überhaupt eine Kandidatur in Erwägung ziehen? Was muss man sich da selbst beantworten oder was könnte jemand anderer beantworten? Das ist vielleicht eine Frage, die an sie geht. Dann gibt es noch eine zweite Frage. Es wird heutzutage sehr viel in Erzählungen, in Storytelling verpackt. Welche positiven oder erfolgreichen Beispiele gibt es dafür? Das ist, könnte ich mir vorstellen, eine Frage, die die Frau Liebhardt und die Frau Bernhardt vielleicht ein bisschen ausführen könnten. Und die dritte Frage, die ich da vielleicht auch noch herausnehmen darf, ist, warum werden Politiker ähnlich wie Marken verkauft? Ist das erfolgreich? Haben Politiker durch eine Darstellung wie Marken, wie Autos oder was auch immer, Waschmittel steht hier auch, haben die dadurch mehr Anklang? Das wären die drei Fragen, die ich einmal herausnehmen möchte. Vielleicht könnten Sie die noch für unser Publikum beantworten, die das auch im Livestream und sonst wie verfolgen. Wer möchte beginnen? Okay, ich fange vielleicht an und mit der dritten Frage, weil über Storytelling hatte ich ja am Beispiel von Alexander Van der Peel ja schon gesagt. Die dritte Frage ist eine total spannende Frage, warum oder wieso verkauft man Politiker oder Politikerinnen wie ein Produkt, das man in der Marketing, in der Werbung irgendwie auch an den Mann, an die Frau bringen möchte. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was wir eingangs unserer Diskussion besprochen haben, nämlich mit der Sichtbarkeit. Also der Wählermarkt oder der Wählerinnenmarkt ist irgendwie etwas, was von sehr flüchtigen Wesen bevölkert ist. Das heißt, ich muss denjenigen, der mich wählen soll, den muss ich irgendwo erwischen. Und der oder die hat auch nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. Das heißt, politischer Wettbewerb ist immer Wettbewerb um Aufmerksamkeit auch in einem hohen Maß. Und Aufmerksamkeit ist eine Ressource, würde man jetzt aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive sagen. Und um sichtbar werden zu können, muss ich irgendwie mich auf diesem Feld, also man kann es jetzt Markt nennen oder auch anders, muss ich mich so positionieren, dass ich in irgendeiner Weise mich abhebe von anderen, damit ich wahrgenommen werde. Und im allerbesten Fall irgendwann einmal aus einem Politiker, aus einer Politikerin wirklich sowas zu machen wie ein sogenanntes Brand. Das heißt, ich habe einen ganz bestimmten Positionen, bestimmte Stellung in diesem Wettbewerb um die allgemeine Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht ein bisschen was von den Hintergründen, die da in der Frage mitschwingen. Alles klar, vielen Dank. Wer möchte weitermachen, Frau Bernhard vielleicht? Ja, mache ich gern weiter. Wir hatten einerseits das Beispiel für progressive Erzählstrategien, wie sie Frau Liebhardt beim Van der Bellen-Wahlkampf erwähnt hat. Und wir hatten das Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, die momentan ein bisschen als der Goldstandard des progressiven Geschichtenerzählens diskutiert wird. Um das nochmal ganz knapp herunterzubrechen, wir haben ein paar Elemente, die dabei immer wiederkehren. Das ist einerseits die Akteurinnen-zentrierte Perspektive, die Verbindung des biografischen Elements und der eigenen Motivation mit der politischen Biografie. Also was stattet mich für dieses Amt aus? Warum strebe ich in die Politik? Was ist für mich ein Motivator? Was interessiert mich? Dann gibt es die zentrale Ebene der Settings, in denen sich die Geschichte abspielt, wo Frau Ocasio-Cortez sehr stark ihre Bezirke, die sie vertritt, mit hineingenommen hat in die Erzählung und ihre Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern zu einem Fokus gemacht hat, der auch immer wieder offensiv auf der Bildebene gezeigt wird. Das heißt, ihre Tätigkeit im öffentlichen Raum, die Interaktion mit Bürgerinnen und Bürger ist ein zentrales Element dieser Geschichte und es braucht natürlich eine Handlung, die sich entwickelt. Das heißt, auch ihren Weg in den Kongress thematisiert sie sehr offensiv und hat jetzt in einer weiteren Erzähllebene versucht, ein Anliegen, das wir jetzt ebenfalls als sehr relevant und wichtig für die Vermittlung auch herausgestrichen haben, nämlich das Thema Klimakrise im Zusammenhang mit dem Green New Deal thematisiert und hier ein Erzählformat mit einer Grafikerin beschritten, das ebenfalls interessant ist und in Kampagnen Communities sehr intensiv diskutiert wird. Also ich glaube, hier tun sich gerade auch sehr spannende Perspektiven auf, durch das Hinzutreten von neuen Medien, die für so viele Nutzerinnen und Nutzer einfach nachzuvollziehen und zu bedienen sind, um dieses auch progressive, positive Geschichten erzählen ein bisschen aktiv einzusetzen und zu fördern. Vielen Dank, Herr Staus, eine Frage noch, die noch an Sie war, wenn Sie die noch kurz beantworten wollen. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt hier auch gerade Meldungen immer netzimpfstabil. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch, bevor das zusammenbricht. Ja, also der Antrieb definitiv, ich fange mal damit an, stelle dich nicht vor den Spiegel und denke, wie muss ich aussehen, damit ich super rüberkomme, sondern die Grundfrage ist natürlich erst mal, warum will ich das eigentlich? Was treibt mich an? Was will ich verändern? Politik ist nach wie vor, auch für alle, die es betreiben, die es erfolgreich betreiben, eine Leidenschaft. Und es geht immer um Veränderungen, welche Richtung auch immer. Aber das ist der Antrieb. Und man muss sich wirklich erst mal fragen, was will ich denn tatsächlich? Weil das ist die Geschichte. Meistens den meisten erfolgreichen Politikerinnen geht es eigentlich ähnlich wie erfolgreichen Künstlern. Der Antrieb ist erst da und dann stellt sich die Frage, wie mache ich denn jetzt eine politische Karriere im Sinne von, je weiter, je höher ich komme, umso mehr kann ich auch verändern und prägen. Das ist eigentlich für die Erfolgreichsten der Antrieb. Und die andere Frage, also sich einfach hinzustellen, zu sagen, ich möchte gern vor 10.000 Leuten in der Arena füllen. Da gibt es viele Möglichkeiten, kann man auch Fußball spielen. Aber die Hauptmotivation in der Politik sollte eben sein, was kann ich tun? Wenn man darauf nichts Bescheides einfällt, dann kann man sich auch ein anderes Hobby suchen oder daran arbeiten, dann wird das so auch nichts. Und insofern das andere, dann die Frage der Kommunikation. Ich meine, Gott, ich meine, wir haben einen Bundeskanzler, der im Prinzip all das bis zur Perfektion beherrscht, über das wir gerade sprechen und auch jemand ist, der sich offensichtlich sehr, sehr früh damit beschäftigt hat und das eben auch so durchzieht. Ich glaube, für die Generation, die jetzt beginnt, ist es nochmal schwierig, weil am Ende jeder TikTok-Post, den man mit 12 veröffentlicht hat, einen dann mit 25 wieder verfolgen kann. Da kann ich nur allen raten, lasst euch davon jetzt nicht beeindrucken, sondern geht das durch, der wird am Ende alles umgegeben. Also habt es gut und wenn ihr was zu sagen habt, dann macht es. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung auch unserer Publikumsfragen. Ja, wir haben jetzt eine Stunde unser Gespräch geführt, jetzt auch noch die Publikumsfragen beantwortet. Bevor dann das Netz zusammenbricht oder wieder ein technisches Problem auftritt. Normalerweise wäre jetzt ja die Stelle der persönlichen Begegnung. Das ist halt im Moment leider nicht möglich. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir irgendwann diese Gelegenheit haben werden. Ich kann jetzt auch nicht auf den Büchertisch verweisen, den wir sonst haben. Ich blende es jetzt nochmal kurz ein, indem ich nochmal diese beiden Bücher erwähne, die wir heute ein bisschen gegenübergestellt haben oder jedenfalls vertieft haben. Sie sind beide sehr lesenswert. Das darf ich mitgeben. Ich bedanke mich bei Frau Bernhardt, bei Frau Liebhardt und bei Herrn Staus für die Impulse, die sie für unser heutiges Gespräch, unser Webinar geboten haben. Ich darf gleich auf das Nächste verweisen, das der BSA nächste Woche am 29.9. anbieten wird. Da wird es gehen um eine neue Wirtschaft und das mögliche zurück zum Sinn mit drei Unternehmen, mit Johannes Gutmann, Robert Robner und Josef Zotter. Ich schließe mit einem Zitat. Ich habe mit Michael Heupel begonnen, der nicht nur die Unintelligenz angesprochen hat. Er hat ja auch mal gesagt, der Wahlkampf ist kein Elmeyer-Tanzkurs. Elmeyer ist eine bekannte Tanzschule in Wien. Aber ich möchte mit etwas anderem schließen, wo auch ein Bogen gespannt ist von Wien, vor allem bis in die USA, nämlich Abraham Lincoln, der einmal gesagt hat, der Stimmzettel ist stärker als die Kugel. Und ich denke, Sinn und Zweck jeder Wahlkampagne ist auch eine hohe Beteiligung am Wahltag oder in dieser aktuellen Situation vielleicht davor über Briefwahlen und andere Möglichkeiten zu haben, um ein möglichst starkes Zeichen der Beteiligung an unserer repräsentativen Demokratie zu haben. Vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner, die wir in Europa heute verteilt haben. Danke an unsere Zuseherinnen und Zuseher, die über diverse Kanäle zugeschaltet haben. Und ich darf damit unser heutiges virtuelles Gespräch beenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bitteschön. 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 Bitteschön.